Folge Faktorio, nach der letzten Fail-Folge werden wir jetzt mal ein bisschen produktiver sein hoffentlich und den ganzen Kram hier verkabeln und so weiter und so fort. Hier geht was raus. Hier müssen wir noch Fließband haben. Oh, hier brauchen wir keine Unterführung, das ist ja auch praktisch. Und hier fehlen Greifarme. Äh, nochmal. Die setzen wir auch noch schnell. Große Strommasten können wir hier auch schon mal setzen. Watt. Kleine Strommasten hier in der Mitte. Ich glaube, das war absoluter Blödsinn. Strommasten, äh, Greifarme hier. Und natürlich auch die Strommasten. Wo sind sie? Da. Da ein, da ein. Da ein und da ein. Und ich glaube... Also... Weißt du, ihr habt keinen Strom. Wieso habt ihr keinen Strom gekriegt? Das ändern wir doch glatt. So, Leute. Und hier ist... Achso, hier habe ich vergessen, große Strommasten zu setzen. Glaubt es oder glaubt es nicht. Aber automatische Eisen- und Kupferproduktion läuft. Es hätte auch schon eine Folge früher passieren können. Aber... The fail is real quasi. Machen wir mal... Vier blaue Arme und zwei Eisenkisten. Wir machen uns einen... Obwohl... Ja doch. So war es. Ähm... Ähm... Habe ich jetzt noch zwei blaue Arme. Aber ich brauche noch eine Kiste. So. Zack. Und hier machen wir dasselbe. Nicht so. Sondern so. Was ist denn das nächste auf unserer Liste? Rote Fläschchen machen, oder? Bisschen aufräumen hier. Die alten Sachen können weg. Die haben sich... Die haben ausgedient quasi. Kohle kommt. Ja, es geht noch an. Das eine Band ist ständig... Hier hinten staut sich das auf beiden Bändern. Ja, es ist alles super. Ähm... Strom. Läuft auch noch alles. Sehr gut. Ja. Ähm... Wo waren wir stehen geblieben? Was brauchen wir als nächstes? Ja, rote Fläschchen, damit wir weiter forschen können. Rote Fläschchen machen wir aus... Kupferplatten und Eisenzahnrädern. Hm. Oh, hier ist auch noch Stein. Und hier ist jeder mit Kuhl genug. Ähm... Oder lassen wir das... Oder lassen wir das... nach oben rausgehen? Aber jetzt habe ich jetzt schon... Ne, wir müssen so irgendwie klarkommen. Als erstes machen wir eh erst mal... eine Fließbandproduktion. Dazu brauchen wir wieder zwei Differn. Noch ein paar Arme machen wir. Habe ich noch drei Fließband? cool. Richtig cool. Gib mir mal... Was? So. Wie war das? Die eine Maschine macht Eisenzahnräder. Die eine Maschine macht Eisenzahnräder. Gebt die Eisenzahnräder weiter an die nächste Maschine. Diese Maschine nimmt sich aber zusätzlich noch Eisenplatten. Und das Ganze wird dann wieder ausgegeben in eine Kiste. Ist das richtig? Ich glaube schon. Hier werden Zahnräder erstellt. Hier werden Fließbänder erstellt. Und hier kommt eine Kiste ran. Und du hast keinen Strom. Okay. Gib mir mal einen blauen Arm. Obwohl jetzt läuft es ja, ne? Ich glaube, den... Wenn wir den durch den blauen Arme ersetzen... Das sieht doch ganz gut aus. Ähm... Jetzt habe ich schon wieder vergessen, woraus rote Fläche gemacht werden. Kupferplatten und Eisenzahnrad. Das heißt, wir lassen den Kram hier einfach abknicken. Erstellen noch zwei weitere Produktionsmaschinen. Und blaue Arme. Produktionsmaschine. Zahnrad, Zahnrad, Zahnrad. Viel zu wenig Platz. Fließbänder sind auch schon wieder alle. Aber... Ich weiß mir zu helfen. Produktionsmaschine. Hier, hier. Eisen lassen wir vorbeilaufen. Für weitere Zwecke. Zahnrad. Zahnrad. Das ist auch... Das ist auch... Ne, wir machen das Anna. Das ist doch... Das ist... Alles... Nicht so, wie ich mir das vorstelle. Moment mal. Was mache ich denn jetzt hier überhaupt? Nein. Hör auf damit. So, wir lassen es jetzt einmal so laufen. Scheißegal. Scheißegal, Leute. Ich bin gerade irgendwie... Oh. Was, holz schon wieder alle? Ist doch nicht dein Ernst. Gib mir Strom. So. Daraus lassen wir jetzt... Mit mehr Eisen... Zip. Hör auf. Ich glaube, jetzt habe ich hier einen Plan. Das ist doch alles. Das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes. Wo will eigentlich mein Mauspad hin? Hallo? So. Wo sind jetzt da? Gehe ich mal das Teil auf Fließband. Das ist eine Unterführung. Wo ist das Teil auf Fließband? Meine Güte. Das Spiel hat heute was gegen mich. Jetzt ist es aber echt mal gut. Nein. Nein. Wo sind die fünf Produktionsmaschinen? Die haben wir hier. Fünf Produktionsmaschinen. Gib mir mal gelbe Arme erstmal. So. 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 wieso kann ich wieso was doch jetzt ich habe doch hier rote fläschchen ausgewählt weil nämlich alle ihr wollt mich doch heute alle irgendwas stimmt hier nicht gut jetzt muss ich nur noch einen platz aussuchen oder meine labore hinkommen hier ist ein strommast da ist ein strommast wenn hier einer ist dann reicht das auch vollkommen so meine güte labore ich brauche mehr eisen was sagt er meine pufferkiste hier mittlerweile wunderbar 16 und 4 habe ich ja das liegt doch noch 20 laboren die setzten wir setzen wir die hände hier oben drüber hier unten drunter die guten flaschen kommen jetzt von hier ja ich lass meine labore einfach hier oben drüber laufen nein ich möchte noch nicht ein nix erforschen wie stellst du dir das vor wie viel fließbänder habe ich jetzt überhaupt also es reicht es reicht solche mit so viel fließbänder erst mal das heißt wir können hier schon mal fließbänder legen während und die labore bauen und 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 holz muss ich mir auch noch mal gleich hacken fährt mir gerade ein braucht mehr strommasten hier ist schon mal holz und dann strom vielleicht bald bald gucken was passiert mit dem strom wenn die labore laufen hallo pack ihn doch ab strommasten habe ich schon wieder labore schon labor brauche aber bis das gebaut ist was die strom ist zwischen natürlich nicht gut so viel brauche ich ja gar nicht moment mal ich habe ein labor 1 2 3 4 5 6 7 8 19 sehr gut habe ich hier schon arme auftrag gegeben kann ich auch gar nicht weil mir fehlt schon wieder eisen seine absolute frechheit ist zustände hier und kein kupfer das wird ja immer bunter hier muss einmal tja und somit können wir weiter forschen zwar noch nicht mit voller geschwindigkeit aber die wird jetzt nach und nach hier gleich kommen ja leute die folge ist schon wieder zu ende sehe ich gerade ich wollte gerade noch was anderes erzählen aber das kann ich mir für die nächste folge aufheben da ich ja eh nicht viel zu erzählen habe ich bedanke mich wie immer fürs zusehen bitte lasst mir einen daumen da oder irgendwas anderes positives und wir sehen uns in der nächsten folge bis denn reingehauen